Sie sind unser schwäbisch-italienisches Dream-Couple. Melissa und Danilo. Also im Prinzip. Denn Danilo leidet an chronischer Unentschlossenheit. Erst neulich sagte er... Ich glaube, wenn Diana kommen würde, dann würde ich alles links und rechts vergessen. Und Melissa? Die ahnt von nix. Danilos Herz gehört der Ex-Granate. Also, zumindest teilweise. Ganz geht bei ihm ja nie. Das hat mein Kopf gesehen wie ne alte Eichmann. Was ich immer denke, die haben das im Fernsehen gezeigt. Natürlich haben wir das gezeigt. Das war ja auch sehr ergreifend. Ich hatte echt wie ein kleines Kind da. Das ist okay, Alter. Das hast du, Alter, du hast das nicht gehört? Ja. Wegen der Frau. Seitdem eine Person hier weg ist, ist gar nix mehr bei mir gut. Was soll ich sagen? Und wie hast du's neben dir aus? Das wäre dann wohl zum ersten Mal im Leben. Da kommt zu wenig. Die hat kein Tempel. Hat's auch nicht. Okay, ich pennen. Ich füge die Schlaftablette. Oh, bitte. Bleib dran. Mal schauen, wie sich entwickelt. Sie sagt ja immer, die Brauchzeiten. Ja, ich geb ihr die Dankgebühr. Wenn ich auf einmal schläft, ich schnarch die. Dein Herz! Oh, noch, so setzt sich das. Oh mein Gott, guck mich nix mehr. Okay, wow. Mir liegt noch was auf dem Herzen. Nichts Schlimmes, aber das wollte ich dir sagen, bevor später irgendwie mal du das von anderen mitbekommst oder so. Noch vor unserer Zeit, als Diana da war, hatte ich ein gutes Verhältnis mit ihr. Und hab mich mega mit ihr verstanden. Und fand sie auch wirklich toll als Person, ja. Es war so, Vergangenheit, ich steh auch dazu. Und das wollte ich dir einfach nochmal sagen. Mit Vergangenheit meint er vor circa fünf Minuten. Was ich von Anfang an an Angst hatte, ähm ... Keine Ahnung, dass du irgendwie die ... Das ist halt, weil ich immer so viel denk. Und ... Nein, ist doch ... Dass du mich so als ... Wie sagt man dazu? Zweiter war ... Ja. Mit Not oder was weiß ich. Ja. Nee, das stimmt nicht. Für mich im Haus hier ... Waren zwei Frauen für mich interessant. Ja. Das war's. Das bist du ... Und das war Diana. Ich will jetzt einfach nur meine Ruhe mit Melissa und schauen, äh ... Wie es vorangeht mit ihr. Diana ist weg. Abgeschlossen. Fertig. Auf YouTube Love Island abonnieren und das Glöckchen nicht vergessen. Ga Ben töten. Naad. Naad. Los Jochen ... Untertitelung des ZDF, 2020